Oh man, der Computer ging nicht mehr. Hinten drin war es nur am Rauschen und das CD-Laufwerk funktionierte auch noch. Gut, ich war früher Elektriker, ich mache das Ding mal auf. Guck mal da einfach mal rein. Ich hatte auch schon mal Festplatte vom alten Computer eingebaut. Ich denke, vielleicht findest du da mal eine kaputte Sicherung oder sonstiges. Ich suchte da in diesem Computer bisschen rum und da fand ich plötzlich diese kleine Batterie. Die Flachbatterie wechselte aus und alles funktionierte wieder.